Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit Krian, guten Abend, mit SillyTastic oder SillyAlien und mit ChrisSukia, mit im Hintergrund zuhörend, aber wortlos wie ein Lörker auf Forchland, die Rena. Ja, wir spielen Kaste mit random Namen. Ah, Rena sagt ja gar nichts. Ja, kann sie ja nicht. Ich weiß doch. Geht jetzt mal unten High reinschreiben sollen. Ja, mach mal. Ja, genau, schreib jetzt mal während der Runde High rein und dann bist du auch gleich deine Rolle und deine Sozialversicherungsnummer. What? Ah, ach, nichts. So. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ich bin eine Rolle. Ich hab keine Rolle. Ah, in Mishek. Nein, ich spiel einfach nur nicht mit. What? Du bist wahrscheinlich not C, not Krian. Ach da, ja, mit Z, gell? Ne, die Nummer 6. Ah, da, ich hab nur die Nummer 4 zuerst gesehen. Noob. Na, du bist Noob. Du bist Noob. Alle so Noobs, außer Mutti. Silly, happy Waifu, happy Laifu. Ja. Chocolate Rain. Der Doktor ist scheiße. Oh, nein. Oh, ein Arsonist. Ich war das. Ho, ho, ho. Habe ein Besuch, Arson. Magan. Ich würde jetzt auf jeden Fall auf die böse Kinderliste schreiben. Und ich würde den, ähm, ach verdammt, wie heißt der? Krampus? Krampus hinschicken. Vielleicht kriegt man ja den Lump of Cole. Oder Krampus, ja. Ja. Ich sage Jesus, Arson. Vielleicht. Sag Tsubasa. Tsubasa. Ich glaube, du musst, du musst so asiatischen Namen richtig dramatisch aussprechen. So Tsubasa, Siro. Das war. Wasabi. Wasabi. Nandakairo. Nandakairo. Kawaitesne. Ich glaube, ich bin hier falsch. Sukaitesne. Ich mag ja Animes, aber japanisch kenne ich aber noch nicht. Hyakunichi, faggot. Was zur Hölle. 420, place it. Whatever, dude. Ja, Hyakunichi, 420. Ah, okay, stimmt. Hallo, hast du keinen Fiffi Frank geschaut? Nein. Ah, ist das nicht ein schöner Abend? Wir haben einen Leaver, Report Nummer 14. Mmh. Ach, Bitch. So. Lebt ihr noch? Ja. Noch? Ja. Wow. Aber einige nicht mehr. Wow. Naja gut, wir hatten einen Leaver. Einer ist Mafia. Was sind die anderen zwei? Oh, Leerwolf. Oh, Leerwolf hat losgelegt. Okay, hat gelieft. Okay. Und der war vor allen Dingen noch im Spiel. Yep. Nehme ich mal an, zumindest. Oh, das ist aber Assi. Lol. Leerwolf und A, so ist Assi. Okay. Jesus Christ, Superstar. Jesus Christ. Aber warum? Aber warum? Ne, das war ich nicht. Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, was ihr seid. Eine Rolle. Ach so. Und noch ein SK. Jetzt wird es aber lächerlich. Das ist wahrscheinlich die Annie Rolle, oder? Vanim Neutral wahrscheinlich. Jess Cree. Echt jetzt? Ja. Oh, Mann. What? You're dead? I don't get the joke. I don't get the joke. Und der Jailer war der, der gelieft hatte, gell? Strawberry? Ja, ich glaube schon. Ja, weil er letzte in der Liste ist. Weil, okay, kann man reporten und Gage kann man reporten. Werden die nicht mal auf dem Friedhof angezeigt? Doch, die wandern dann noch rüber, aber die hatten... Ah, Zugwasser ist anscheinend mehr. Ich glaube nicht, dass die Namen nur so aussprechen. Ihr müsst den Namen nur so aussprechen, anders geht das nicht. anscheinend ist es was soll ich habe keine ahnung aber irgendwer darauf gewartet der erklärt zur weiber und es gibt drei killings guter killings also naja gut wir haben noch die annie ja ist aber unwahrscheinlich und selbst wenn er ist immer derjenige der sich zuerst gegen einen bösewicht gegen die tauren setzen wird ich sehe es kommen father christmas ist exe es kann sein dass wir bodyguard haben möglich ja ok ich sag einfach father christmas ist exe wie kommst du darauf weil nur zwei leute guilty gewählt haben das eine war christmas das andere war space invader ja gut aber er kann nicht exe sein er kann nicht das ziel vom exe sein wenn der survivor ist wenn er survivor ist ja aber warum soll der survivor claim ja eben also er ist kein exe der father christmas glaube ich nicht ich bin april Ich bin aber Hisu. Ups, scusi. Man lese die Killnote. Ach, du warst Mafia. Ja, natürlich. Deswegen habe ich dir auch so gefragt, so kann es sein, dass wir Bodyguard haben. Hätte ja auch sein können, dass du der unfähige Mayor bist, der sich bis jetzt noch nicht wirklich hervorgetan hat. Was hat er doch? Was meinst du? Verdammt, das war der Bodyguard. Oh, Gott damn it, Father Christmas. Im Normalfall hat eine böse Rolle gewonnen. Wie bitte? Eine böse Rolle hat gewonnen. Hm. Kreudesnack. Nee, falsch. Kreudesnack. Okay. Sorry, Leute. Hm? Ja, ich meine andere, dass wir hier gerade so Japanese rumbrüllen. Wir können auch auf Englisch sprechen. Na. Das ist fucking cute, you fucking faggot. Nein. Nein. Okay, ähm. Korean, du bist doch noch am Leben? Correct. Okay. Oh. Oh. Der Werwerf ist raus. Moment, wir haben nur noch... Ah, vier. Okay, ich dachte schon, wir hatten nur noch drei Leute. Nee, nee, wir sind zu viert. Also, wir haben den Cillian-Killer. Also, Alex, du bist höchstwahrscheinlich der Space Invader. Right? Nein. Nein. I don't believe you. Du bist Space Invader. Yes. Sheriff hat schon geschrieben. Egal, dafür hab ich dich trotzdem noch mitgenommen. Ich weiß, ich konnte ja jetzt auch nicht so schreiben. Hi, hier, ich bin der und der und ihr müsst den und den töten. Da hättest du mich gleich erwischt. Goddammit. Hahaha. Hahaha. You're gonna die. Ja, ja. Ach, Alex, warum musst du mal lügen? Ganz ehrlich. Warum sollte der Sheriff lügen? Other workplace. Other workplace. So, die Frage ist, normalerweise müsste Not Set müsste Escort sein. Dann verlieren wir nämlich. Hm. Dann gewinnt die Town. Hm. Hm. Ich muss hoffen, dass Not Set medium ist. Dann guck. Ja, werde ich ja gleich sehen. You can do it. Das werden wir wiederum sehen. You can do it. War trotzdem witzig. So, jetzt müssen, also wir müssen jetzt hoffen, Silly, dass Not Set kein Escort ist, sondern Medium. Hm. Das wäre dann die... Mikrofon muted. Handyrolle? Nein, Support. Die Handyrolle bei der Sheriff. Medium kann auch Support sein? Ja. Der, yo. Ganz schlecht wäre, wenn er Transporter ist. Und ich könnte mich selbst töten jetzt. Das wäre extrem blöd. Echt jetzt? Nee, wir können keinen Transporter haben. Bin ich mir extrem sicher. Äh, doch. Es ist Support. Ich weiß nicht, was die... Dingrolle ist. Es ist ein Escort. Ich bin gealltet worden. Okay, okay, warte mal. Nein, das ist ein Transporter. Und? Echt? Ja, ich sag doch, es kann ein Transporter sein. Und? Nein! Das war klar. Wie kommst du, dass das kein Transporter sein kann? Aber das war es auf jeden Fall. Ja, aber das war ganz gut. Ja, und vor allen Dingen war die Episode recht kurz. Ja, schau. Nein, 15 Minuten. Zwölf. Nein. Zwölf. Ich hab'n Timer gestartet. Es waren zwölf. Nein. Das sind bei mir jetzt schon 14. Okay, wollen wir dann noch eine machen? Nein. Ja, können wir machen. Nein. What? Okay, dann hoffen wir, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Krian, mute deinen Lautsprecher. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Wenn euch... Wenn das denn der Fall war, denkt dran, ihr könnt gerne unseren Channel abonnieren und unsere Videos liken. Jeder Klick hilft. Und dann hoffen wir, wir sehen euch nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Bar Kate. Bye Leute.